Danke. Sehr gerne, sehr gerne. Schönen Tag. Wie heißt du? Pavel. Pavel? Okay, freut mich. Schönen Weihnachten, Pavel. Ein paar Sekunden später. Pavel? Pavel, ja. Ah, Weihnachtsmann. Freut mich. Das für dich. Schau mal, was hier drin ist. Für dich. Schau, was hier drin ist. Nein. Für dich. Ja? Ja. Und jetzt weißt du ja, was hier drin ist. Für dich. Vielen Dank, ja. Bitte, ich hoffe, das hilft dir. Nimm, für dich. Nein. Doch, für dich. Ja? Ja? Ja. Alles für dich. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, du kannst das brauchen und es hilft. Vielen Dank. Ein bisschen warm, vielleicht essen, trinken. Ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten.